Leute wir haben es jetzt 4 Uhr morgens und ähm ja ich bin gerade aufgestanden wie man sich ja erkennen kann. Oh Gott meine Haare sehen so scheiße aus. Wir werden jetzt noch was kleines essen also bloß ein Trötchen oder so und ähm dann machen wir uns jetzt gleich auf die Socken und ähm ja dann weil ich dann noch mitnehme ich war eigentlich im Auto noch ein bisschen pennen und ähm okay ich hoffe dass ich schlafen kann. Zwischendurch wollten wir noch irgendwo was essen mein Mac ist oder so und ähm ja okay dann sehen wir uns gleich wieder im Auto bei Mac ist. Wir wollen jetzt hier noch schnell was essen und ähm ja jetzt müssen wir das mal rein. Ich habe mir alles genau was für mich zu nehmen. Wir sind ja gerade am Porsche Zentrum und wir sind jetzt schon wieviel Stunden sind wir unterwegs? Ähm 7 Stunden sind wir 5 Stunden mindestens. 5 Stunden unterwegs und ähm haben zwischendurch noch was gegessen bei Mac ist und ähm ja jetzt sind wir noch auf dem Weg zu Bekannten und ähm dann geht's ab in die Schweiz. Ähm ja wir sind jetzt hier gerade an der Tankstelle. Wir haben jetzt noch Bekannte besucht und ähm ja wir haben jetzt noch eine kurze Pause gemacht und dann geht's weiter in die Schweiz. Und wir sehen uns dann gleich wieder in unserer Pension. Endlich angekommen. Wir sind hier in der Schweiz und ähm das ist ziemlich kaputt, weil wir sind richtig nicht gut. Ähm wir sind bei Bekannten und ähm wir sitzen hier im Hintergrund ähm hier ist mein Bett. Ähm wir sind hier. Und ähm das steht bei meinem Vater. Wir haben hier schon bisschen Sachen und ähm mega cool hier. Ähm die haben draußen einen Pool und ähm die haben draußen auch was weiß ich euch morgen nochmal zeigen. Haben die ähm vielleicht posten die noch Bilder auf Instagram morgen. Auf jeden Fall ähm haben die so ähm also einen Pool aber so einen Whirlpool. Also der ist richtig fresh. In dem haben die noch so einen Teich und jetzt so ein Loch drin. Der ist zugefroren. Und da kann man übers Eis laufen. Da kann man mit Eisbaden machen. Das haben wir heute schon mal gemacht. Und ähm vielleicht mach ich's morgen nochmal. Und ähm ja war richtig fresh und ähm war ne mega lange Fahrt. Und ähm okay es werden die nächsten Tage noch mehr Vlogs kommen. Und ähm okay folgt mir auf Instagram. Meinen Namen findet ihr in der Videobeschreibung. Und ähm liked das Video falls es euch gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und ähm okay dann sehen wir uns denke ich beim nächsten Video. Und bis dahin. Ciao.